Liebe Zuschauer, nur für den Fall, dass Sie es gar nicht bemerkt haben sollten, heute ist Rosenmontag und somit eigentlich der Höhepunkt der tollen Tage, die in diesem Jahr natürlich gar nicht so toll sind. Keine Umzüge, kein buntes Treiben in den Straßen und keine Faschingsbälle. Aber was ein echter Narr ist, der lässt sich davon nicht beirren, der feiert Fasnet einfach auf seine Weise. So kennt man sie, die Fasnet in der Region Neckaralp. Laut und wild, bunt und schräg und eben einfach ganz und gar ausgelassen und närrisch. Doch 2021 ist alles anders. Der Schmerz und die Trauer um die ausgefallene fünfte Jahreszeit bei den Narren in der Region, wie hier bei den Münsinger Hungerberghexen, sitzt tief. Man hat sich in sein Schicksal gefügt, so scheint es, zumindest auf den ersten Blick. Statt den Schnaps zu trinken, nutzen die verantwortungsvollen Fasnachter den Alkohol zur sachkundigen Politur und Desinfektion ihrer Instrumente. Die bedürfen, gerade wenn sie so lange nicht gespielt werden, schließlich einer besonderen Pflege. Furchteinflößende Hexen und andere Hähsträger, die durch die Straßen ziehen und dabei so manchen Schabernack mit den Zuschauern am Wegrand treiben, sucht man nicht nur zum Leidwesen der zahlreichen Fasnetzvereine und Narrenzünfte vergeblich. Wirklich? Kein einziger Narr auf der Straße? Nicht so ganz. Das traditionelle Narrenbaumstellen geht auch unter Corona-Bedingungen. Erst recht, wenn es den Fasnachtern wie hier in Großängstingen leicht gemacht wird und der Baum schon steht. Dass der in diesem Jahr auch ein wenig anders aussieht als sonst, wen wundert's? Aber egal. Im Jahr 2021 nimmt der leidgeplagte Narr, was er kriegen kann. Da sind die Ansprüche nicht so hoch. Doch selbst in dieser so ungewöhnlichen Fasnetz-Saison geschehen noch Zeichen und Wunder. In Tübingen und der Jesingen haben die Narren doch tatsächlich noch ein offenes Türchen gefunden und die günstige Gelegenheit auch gleich beim Schopf gepackt und ihren traditionellen Rathaussturm knallhart durchgezogen. Natürlich alles nach Vorschrift mit einem Ein-Mann-Sturmkommando. Tja, was ein gestandener Fasnachter ist, der weiß sich eben zu helfen. Der braucht keine ganze Armee an Hälsträgern im Rücken, um das zu bekommen, was er will. Und was ihm von rechts wegen zusteht. Einem gestandenen Fasnachter reichen sein Grips und ein wenig Verschlagenheit. Denn Corona hin oder her, Ordnung muss sein. Und ein Rathausschlüssel gehört ab dem schmotzigen Donnerstag bis zum Aschermittwoch nun mal in die Hände eines echten Narren. Bei so viel Kreativität finden die gute Fasching-Stimmung und die Ausgelassenheit eben doch ihren Weg, die Menschen mitzureißen und ein wenig aus dem tristen Alltag und dem allgemeinen Corona-Frust zu holen. Lust aufs Mittanzen und Mitfeiern macht auch unser närrisches Nachmittagsprogramm auf RTF1. Auch morgen noch ab 12 Uhr. Da gibt's die aktuelle Fasnet Kreativ und Anders, aber auch Fasnet ganz traditionell mit allen Highlights aus den vergangenen Jahren. Schalten Sie rein und freuen Sie sich mit uns auf die nächste Saison. Dann hoffentlich wieder unter normal-närrischen Umständen.